Halliloh netzlich! Willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Wir spielen Cops vs. Racer in einer ganz besonderen Offroad Edition. Nein, nicht in der Firefighter Edition, man könnte es meinen, die rote Seuche ist ja mal wieder bei den Mitsubishis ausgebrochen. Ja, die Designs wollen einfach mal wieder nicht synchronisieren. Ne, wir spielen in der Offroad Heavy Hitter Edition. Was genau das bedeutet, das erklären wir gleich, aber erstmal sage ich hallo an AndiLukas370Z, Filmexperte, den E-Sport-Kuru. Nur 24 Stunden Racer ist Dui, gibt's nicht. Lunas Badboy Finn und Zedo, grüß euch! Hallo! Hallo! Hallöchen! Ja, und ich habe es bei mir spontan mal in einer Let's Play-Folge gesagt, wo ich genau ziemlich mit dem Fahrzeug unterwegs war. Wie lustig wäre es denn, wenn wir in Offroad nur einen Racer hätten, aber der quasi sich nicht auf maximal zweieinhalb Tonnen beschränken müsste, sondern eher darüber hinaus gehen muss. Also zweieinhalb Tonnen und mehr, also gerne auch drei Tonnen, dreieinhalb Tonnen. Ich weiß gar nicht, wie der hier so auf der Waage steht. Da müssen wir mal den Andi fragen. Ähm, 7,9. Ne, 3,1. Ja, ich wollte gerade sagen, aber natürlich nicht schlecht. Okay, 3,1 Tonnen. Ja, weil es ist ja so, in Offroad, es ist ja schon nicht einfach, einen Racer schon dingfest zu machen und wenn der natürlich dann das ordentliche Gewicht so ein bisschen mit sich bringt und ja, dann könnte es glaube ich noch ein bisschen schwerer werden. Deswegen, man könnte jetzt fast sagen, Offroad Heavy Hitter Edition ist quasi die Offroad Most Wanted Version. Das Ganze ist allerdings noch ein bisschen experimentell. Wir haben auch schon ein paar Sonderregeln, die wir vielleicht hier mit reinbringen, aber wir wollten es jetzt erstmal ganz klassisch spielen. 25 Minuten, 5 Minuten Kaffeepause zwischendrin. Ähm, ja, und halt, wie du siehst, halt alles Cops da drüben und keine Broncos. Also wirklich nur die leichten, das heißt wirklich leicht gegen schwer. Ähm, manch einer würde heutzutage sagen, das ist Fettshaming, aber bei Autos ist glaube ich das noch nicht so durchgedrungen. Deswegen würde ich das jetzt mal nicht so sehen. Außerdem glaube ich auch, dass Andi in der ersten Runde uns ziemlich vermöbeln wird und nicht wir ihn. Also von dem her. Ich glaube nicht, ehrlicherweise, aber mal gucken. Mal gucken, wenn wir uns rausfinden. So oder so würde ich aber sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit und Andi darf in sein stilles Kämmerchen gehen. Super. Und darf dann auch dann gleich schon das Startsignal geben, sobald er bereit ist. Ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Spaß. Gucken wir mal, wie es läuft. Bis in 8 Minuten 93 Sekunden. Alles klar. Also meint der in 10 Minuten 30. 9 Minuten 30. Ja. Ah, 9 Minuten 30, ja. Da ist er weg, 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 weg. Man muss halt sagen, bei diesem schweren Ungetüm, die Reifen gehen halt natürlich sofort hinüber. Also eigentlich müssen wir ihn nur fahren lassen, bis seine Reifen tot sind und dann ist gut. Ähm, ja, ich bin Präsident, weil sonst niemand irgendwie wollte. Pluto ist nicht da. Äh, ich hätte jetzt einfach gesagt, wir machen das von links nach rechts in Fahrtrichtung. Äh, die ersten beiden machen das nordöstliche, äh, nordwestliche Offroad-Gebiet. Der eine danach macht, äh, hier die Nordschleife oder beziehungsweise die nördliche Schleife. Und, ach wisst ihr was, verteilen wollt. Das, wir werden ihn schon finden. Wichtig ist nur, dass die Ansagen nachher halt passen, ja. Also ich meine, da machen wir uns jetzt einfach keinen Stress. Guckt halt, dass ihr nicht da hinfährt, wo jemand anders hinfährt und dann passt er schon. Das, das sollte auch gar kein Problem sein. Im Prinzip müssen wir nur die tiefen Fahrrillen suchen. Ah, die hinterlässt er auf jeden Fall. So, es geht auf jeden Fall los in zwei, eins. Suchen wir ihn! Oh Gott, was ein Kopf durcheinander hilft mir. Ja. Aber ehrlich, wir sind vorne links, wir liegen vorne rechts. Ist ja gut. Ja, wenn du in der Mitte bist, ist schwierig. Ja. Wie war das aber, ich kann halt ein, dass das nicht... Ungezeichnet in die Wege. Ja, ja. Hier, weil es Wege erkennbar sind. Wenn du im guten Gewissen über den Weg fährst, dann ist alles gut. Dann kannst du nach der Folge sagen, hey, da war das einer. Ja, nein, vielleicht. Das heißt, du hast das auch nicht übertreiben, und dann habe ich so gelernt. Der erste hat... Ich möchte nicht übertreiben. Oh Gott. Mini ist das falsche Fahrzeug. Das war eine X-Klasse nun weiter. Weil ich da... Keiner Bock drauf hat weiter. X-Klasse ist auch zu klein. Ich würde die Wüste machen. Ja, toll. Gut, haben wir da schon ein. Ja, ja, ich habe gerade ein gesagt, weil da normalerweise keiner war die südliche Straße. Ist irgendwer an Tourfahrt vorbeigefahren, weil da ist eine Menge Staub? Seinbar nicht. Vielleicht bei Tourrichtung... Aber ich fahre erstmal, ob ich irgendwo aufschließen kann. Bei der Tour fahre ich gerade vorbei. Ah, okay. Oh Gott. Dann gehe ich mal Teufelspass nachgucken. Kann mir halt eigentlich nicht forschen, dass er irgendwie auf befestigten Straßen fährt. Ich denke auch, dass er eher auf den Schotter-Sand-Wegen und so lege. Das ist der Spaß, dass ich reihe. Deswegen merke ich jetzt gerade, wie dämlich es von mir war in Richtung Canyon. Ich weiß nicht welche, aber gerade war kein einer am Ausgang, der... Müsste warten. Gucken wir, was er für den Klaus kommt. Ja, ja. Ich fahre dahin, tatsächlich. Okay. Ja, ne, weil ich fahre dann gerade von der anderen Seite durch. Einfach, weil es Andi ist und ich ihm doch zu Trott da oben ist. Also ob er das Fall sein kriegt, da fahre ich mal. Das ist der MPC. Der MPC fahre ich gerade schon. Andi wird alles geben, über den Canyon zu springen. Wenn wir dran sind. Ja, ich habe ihn erst... Er ist... Er fährt jetzt südlichste Straße von Wüste kommend. Also fährt quasi in Richtung Festival. Da bin ich jetzt halt hier. Er ist wirklich auf der asphaltierten Straße. Das ist ja schnell, ey. Ähm... Ist er immer noch unterwegs? Ja, ich komme erst mal hinher. Er biegt dann ab von der südlichsten Straße eher Richtung Norden. Zu einem eingezeichneten Schotterweg. Ähm, der halt quasi zwischen... Ja, südlichsten Straßen und Steinbruch liegt. Ja, ich bin Steinbruch auf der Asphalt gerade. Das sind auch diese ganz vielen verwinkelten Sträßchen, die nicht eingezeichnet sind. Die nimmt er aber jetzt gerade nicht. Sondern er fährt quasi südlich am Steinbruch vorbei. Mehr in Richtung... Nee, er biegt jetzt wieder ab in Richtung südlichste Straße. Quasi zwischen Festival und Wüstung, würde ich jetzt sagen. Südlichste Straße aber auf jeden Fall. Ist er quasi mit in Richtung Osten? Äh... Ja, das fahrt ja. Ich sehe, ja. Ich sehe das dicke Ding schon. Ja. Also quasi da, wo der See quasi da unten auch ist. Aber halt wie gesagt, auf der asphaltierten südlichen Straße ist in Richtung Wüste quasi die Ecke. Ich komme. Okay. Und äh, ja. Ist jetzt quasi genau auf der Straße, südlichste Straße Richtung... Ja, ich... Oh Gott. Ja. Genau der falsche hast du getroffen. Schade. Aber zielgerichtet auf mich drauf gehalten, ey. Ja. Dafür ist auch mein Spielgott abgestoßt. Zu rechts! Ja, ich komme auch... Ich werde dich strafen. Ich werde dich rachen. Äh, fährt Wüste südlich rein. Hm. Ich werde normal den Schotterweg weiter, fährt nicht über die Düne drüber. Ja. Hier ist jetzt quasi in der Haarnadel in der Wüste. Ich komme entgegen mir. Der Schaden war... Das ist nicht so geil. Also ich kann nicht mithalten. Leider. Deswegen kann ich auch gerade keine Updates geben. Wer entfernt da weiter? Ja, den Schotterweg fährt er weiter. Immer noch Wüste? Ja, immer noch mitten in der Wüste. Aber der ist halt gut 300 Meter vor mir. Also zwei, drei Eros müsste gehen. Ja, er müsste nördlich von der Wüste quasi auf ihn warten. Ja. Ist jetzt gleich in dem Dörfchen da drin, was es da gibt. Oh Gott. Äh. Also Heben und Abgang aber. Naja. Ich bin wieder da. Mal ein bisschen getroffen. Boah, das haben wir hier noch gesprungen. Ja, ne. Eigentlich sollten wir uns... Ich weiß nicht. Braucht er noch Schaden? Aber wenn er eigentlich in der Luft bist... Ja, aber... Oh ja, da kommt er schon. Treffer war es schon. Ich freu mich nicht so zu... Ja, er hat gestimmt. Er hat noch mal zu. Ja, er hat noch mal zu. Hier komm ich halt. Also fährt er wieder schon südlich, ja? Ja, er fährt jetzt wieder... Über... Also... Nordöstlich rein... In... 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 Das Dörfchen. Ist jetzt im Dörfchen drin. Letzte Kurve Dörfchen. Beschleunigt... Jetzt aus dem Dörf raus Richtung Süden. Lass uns mal nebeneinander fahren. Ist jetzt durch... Blitzerzone Ende schon durch. Ist dann schon über den... Hügel drüber. Kurz vor dem Blitzer. Jetzt im Blitzer weiter in Richtung Süden. Fährt auch weiter den Weg. In die Hairpin rein. In 3, 2, 1... Hairpin. Jetzt in der Hairpin. Boah, ist das Ding schnell, ey. Wir müssen halt echt versuchen irgendwie Kontakt mal zu halten. Ja, wir müssen halt schaffen vorne mal drauf zu halten. Wir lassen uns mal alle nebeneinander fahren. Jetzt... Jetzt in den letzten... Kurven... Also bei der Sprungdüne... Hatschi. 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 Schade wäre die Asphaltgefahr, wäre ich im Bidemidemidem Also erst Richtung, die Wüstenstraße Richtung Süden Auf dem Asphaltkasten Ähm, dann zack bitte genau an Kurz vor der Kreuzung zum Wüstensteimprobeinfahrt Jetzt an der Kreuzung und fährt wieder in die Wüste rein Ah, schade, ich versuche andersrum zu fahren Ich komme von der südlichen Wow, ich hätte jetzt ewig unterwegs Da gerade bei dem Dörfchen Dörfchen jetzt gleich im Übergang Denk dran, dass er das Kaffeepause-Dings ist Also da könnte er jetzt in irgendein Zünden Ja, jetzt auf dem Sand Kurz vor der Harnadel Ganz woanders Jetzt in der Harnadel Ja, das ist kein Big Mesh Jetzt wirklich fährt er die Kurve der Harnadel Jetzt durch die Harnadel durch Jetzt durch die Harnadel durch Erste Rechtskurve nach der Harnadel Also kommt die Wüste nördlich raus Ja, das kommt zu der Harnadel Dörfchen wartet und entgegenkommt jetzt gleich beim Blitzer Beim Sprung über Blitzer drüber Blitzer war es noch Jetzt kurz vor dem großen Sprung in die Blitzerzone Jetzt gleich in der Blitzerzone Ja, ich bin schon im Dorf Ja, ich bin schon im Dorf Also auch wieder die Startriff Gesehen Jetzt im Dorf In der Blitzerzone Bei der roten Kirche Noch mal Leiter nicht mitbekommen Ah, der hat wohl nicht viel gemacht Aber er hat die Schande genommen, ist langsamer Im Dorf, der war schön, der war richtig, der war richtig schön Jetzt gleich in der Zipadkurve Klar soll ich mal arbeiten, ihr macht das schon Ähm Ich bin komplett woanders Wir brauchen jetzt gleich in der Blitzerzone Ich halte auch hier nicht mehr kurz Macht's nicht mehr Er hat da Richtung Westen oder Osten? Nee, er dreht wieder um So, Mann, er kann doch nicht schon wieder umdrehen, Mann Da komm ich ja nie an Jetzt wieder in der Blitzerzone dran Blitzerzone, ja, Richtung Süden wieder Ja, ich glaub ich so öfter hin Ich komm da nie hin Erstmal falsch abgerufen Ja, oder? Jetzt in der Blitzerzone Jetzt in der Blitzerzone Er sollte in den Südenhaus kommen Aus, er dreht noch mal um Außer er dreht wieder um Jetzt in der Blitzerzone Jetzt in der Blitzerzone Er fährt in der Wüste raus, fährt wieder in den Steinbruch Wann, völlig bedeckt Dann reichert den Eingang Jetzt kurz vorm Blitzer Ha Die Sprünge machen halt den EWO kaputt tatsächlich Er wird sich jetzt eh dann gleich reparieren Blitzer Geht's auf den Haarnadel wieder zu Let's separer vor der Haarnadel Soll ich den Gehen kommen oder warten? Versuch mal den Gehen zu kommen Anders nicht Im Notfall muss er sich Im Notfall will er sich früher abprobieren Jetzt in der Ausflut Er dreht wieder um Alter Wohin fährt er denn jetzt? Er ist hinterherpin Richtung Norden Wüste Richtung Norden Das hat mir nicht mal ne Regel mit immer die gleichen Kreise ziehen Ist verbunden Ja, das heißt verstecken Versteckt sich ja nicht weil er in der Verfolgung Ist es schon regelwerk legitim Trotzdem ist es auch ein bisschen Unsprochlich Es ist halt nicht sehr kreativ Aber wenn wir es halt auch nicht schaffen Wenn er umdreht ihm einen rein zu ballern Ist jetzt am Blitzer vorbei Wollen wir ihn ja gleich wieder in dieser Blitzer zu holen Er ist jetzt am Sprung nach unten ins Dörfchen rein Da müssten wir eigentlich die Steine mitnehmen Oh Gott Ja genau Ich kann den halt keine 3cm schieben Versuch mal mit 4 Ah stimmt Jetzt dreht er noch mal Er dreht schon wieder Ja Also er fährt jetzt wieder Richtung Blitzer Aus der Blitzerzone raus Jetzt an den Schwarzen Lavastein Den Sprung hoch Ich seh euch da hinten aber hinterher Da kommt Evo quer Da ist ein Weg dran Das ist ok Äh hier gibt Glitzer drin Jetzt Aber wir dürfen nicht oder? In der Art von Kaffeepause Oder? Wie ist das? Wir dürfen doch auch oder? Ob wir dürfen oder nicht Wir Jetzt ist eh so spät Ich glaube es jetzt wie bei einer normalen Kaffeepause Dass die Cops auch dürfen Achso meinst du Haben wir halt nicht besprochen ne? Ja genau Jetzt ist eh schon zu spät Äh ich zieh ne Dive Ja Ja Doch Es hilft allen anderen dass sie herankommen Jetzt fährt er aus Er fährt hinter den Camping Wegen weiter Gas geben zurück kommen lassen Sagen wir Er ist viel schneller als wir müssen Eigentlich vor ihm bleiben Fast schon Er ist viel schneller geradeaus Also wo fährt er jetzt hin? Er ist südlicher Ausgang Kommt da raus Wüstenstraße Dann würde ich genau sagen wo Wenn ich will Weil ich komm entgehe Ich hab ihn frontal Soviel dazu Na die Scheiße Von mir haben wir es hier gerade Ja Jetzt letzte Wüstenkomme Er fährt wieder hinter den Gebäuden rum In der Regel In der Regel Jetzt hab ich mich repariert Und bin 10 Minuten ohne Scheiße Jetzt durch den Gegend gefahren Um hier hinzukommen Und direkt wieder Schaden zu kassieren So hast du bis 10 Minuten hierher gebraucht Wir waren immer hier Ja ich hab mich Ich hab mich beim Festival repariert Und hab halt drauf spekuliert Dass er anders fährt Und aber dadurch Dass er immer umgekehrt ist Hab ich halt einen riesen Umweg gefahren Braucht jemand gerade aktiv ansagen? Ja Also ich komme entgegen Okay Also wir fahren in den Steinbau rein Von Ostern Wieder Richtung Hairpin In die Hairpin rein Genau Ja ich hab da wieder so einen kleinen Weg Den ich verlieb hatte Ich versuche es auch mal Halt über die Bams Das ist viel besser Jetzt gleich in der Hairpin Letzte Rechtskurve davor Jetzt in der Hairpin D zwei drei Evo Skunk Ja Wie langs hier? Bis zum Blitz Jetzt im Linksknick Vor dem Blitzer Blitzer in der Ausgang da vorne Ja Achtung Zwei Evo Skunk Ja Achtung Treffer Ja Aber rechts fährt es glücklich aus dem Steinbruch raus. Ein ganz normalen Weg, ja. Bei den Lager. Genau. Also wenn jemand schneller ist hinter mir, ruhig sagen, ich habe gut Schaden. Ja, für die Stelle ist die 321-Ansage jetzt gerade perfekt gewesen. Head links, head rechts und Goliathen, dieses Dirt-Eff. Die ist eigentlich immer gut, wenn Leute entgegenkommen. Genau, aber das konnte man ganz gut timen, weil da kannst du abkassen. Er ist jetzt in diesem Offroad-Geschlängel da, im Süd-Osten. Er wird quasi auf die südlichste Straße drauffahren. Er fährt halt ein bisschen seinen Rundkurs, habe ich das Gefühl, oder? Ja, mal schauen. Hier gibt es doch irgendwo einen Weg. Er fährt geradeaus fährt diese südliche Offroad-Schleife. Okay, geil, dann gehe ich jetzt zum Festival. Oh ja, aber das ist predicted, er. Das ist mir scheißegal, aber das ist predicted. Ich muss mich reparieren. Ich bin niemals dran, sonst. Ansonsten fahre ich jetzt halt wieder 10 Minuten an. Ne, so lange haben wir gar nicht mehr. Ist jetzt noch mit, ist jetzt quasi, ja, mittendrin fast. In diesem, fährt jetzt gleich in diesen Links-Rechts-Knick, der vor der Blitzer, äh, vor der Driftzone ist. Der fährt doch 100 pro dann auf die feste Richtung Farm, nicht angezeichnet. 100 pro. Mal schauen, äh, ist jetzt Ausgang des Rechts-Knicks, fährt jetzt gleich in die Driftzone hoch. Aber Driftzone ist hier doch festes Ding, da warte ich jetzt einfach. Ist jetzt, ist, äh, jetzt in der Driftzone drin. Ich komm. Da gibt's auch noch ein Siegs-Hut, ähm. Hey, sorry. Wir haben schön im Nebel warten. Ja, kommt jetzt hoch. Ist im Knick, ist in der ersten Herrpin, ist gleich bei euch. Ihr kennt diese Engstelle da, ne? Ja, ja, wir da warten, meinst du dir. Er ist jetzt gleich da, ne? Also, jetzt eigentlich. Hat zumindest Front eine gleich mitgebracht? Ja, aber ich glaub, ich glaub, es hat uns mehr weh gemacht als ihm. Er ist jetzt gleich im Festival. Kann man rein? Ja, aber das gleiche kann man jetzt werden. Also, er macht ja diesen letzten Knick raus aus der Driftzone, ist jetzt im Festival. Fährt Festival durch. Hab ihn. Schlag ab. Sehr gut. Ich drück ihn mal da rüber. Aber das bringt... Doch. Ah, nein, nein, der Bounce zurück. Schade. Aber Schaden wird es trotzdem ein bisschen gemacht haben. Er fährt aus dem Festival ganz normal raus Richtung Hauptstraße. Er ist gut langsam. Also, ich glaub, es hat ihm echt Schaden ein bisschen gemacht. Oder er macht für gern langsam. Ist jetzt am Ausgang. Keine Ahnung. Und fährt nach rechts ab Richtung... Wieder mal Richtung Steinbruch. Sein Lieblingsgebiet. Ja, der Vorteil, den er halt da hat, ist... Dass wir da halt nicht richtig respawnen können, ne? Da gibt's halt fast kein Respawn für uns. Das ist ein bisschen doof. Er fährt die Offroadstraße hoch Richtung Hauptstraße. Also, vielleicht ein kleines Dörfchen reparieren und entgegenkommen. Aber noch nicht jetzt, hätte ich gesagt, oder? Bis ihr losgefahren seid, ist ja schon längst du... Ja, okay. Er bringt ab Richtung Steinbruchstraße. Ja, klar, aber für die, die sich eh reparieren müssen... Irgendwie musst du ja mal deine reparieren sehen. Irgendwie... Und alle nicht so, dass man da runter steht... Oder gleich in der langen Rechtsprobe. Ja, vor allem, der wird sich da auch nirgends überschlagen. Ja, das... Du kannst ja nicht... Du kannst ja nicht schieben alleine. Oh, wir sind heuer. Jo! Ja, das ist schon, äh... Gleich da vorne. Ja, jetzt müssen wir rechts runter. Ja, aber ich weiß nicht, ob... Ja, aber ich bin da... Oh, 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 jetzt wollte ich ihn, jetzt wollte ich ihn anschieben, aber... Einfach rechts runter. Ich, ich bin ganz links. Rechts raus, rechts raus. Juhu! Da ist doch nichts. Ja, aber... Bremst und plackt oben und wir fliegen alle runter. Super. Das hat sich richtig gelohnt. Naja, deswegen. Ich war mir auch nicht... Wir müssen ihn gegen irgendwas Festes oder so bekommen. Oder halt wirklich von vorne kommen und... Oder ihn kaputt... Äh, genau. Vorne haben ihn kaputt. Jo! Der hat schon... Ich meine, wir können immerhin aufholen, ja? Er hat immerhin schon mal gut Schaden gefressen. Ich versuche ihn mal ein bisschen auszubremsen, aber das klappt halt gar nicht. Da vorne rechts ist fest, aber... Ob wir ihn da dagegen kriegen, ist halt die Frage. Das prediktet er natürlich schon. Fährt weiter nach Süden, südlichste Straße jetzt. Von Steinbruch kommend. Das ist, wenn er abbiegt, fährt er in die Wüste oder Steinbruch. Ja, Wüste werden ihm ja inhaltlich bekommen. Boah, der kann mich halt hinschieben, wo er will. Ja, klar, natürlich. Ja, natürlich fährt er in die Wüste. Ja, klar, fährt er in die Wüste. Ich hab jetzt aber gesagt, dass ein paar Leute entgegenkommen. Predikt schon, dass ich direkt noch ein paar hingefahren bin, ey. Ja, wenn er jetzt rechts abbiegt, dann führt er sich auf jeden Fall über die Düne ab und komm entgegen, ist klar. Ja, auf die Tür. Ach, das zählt auch als Weg? Ja, klar. Er biegt ja rechts ab. Es sind doch die gleichen eingezeichneten Straßen hier. Gucken, ob er es jetzt halt gesehen hat, dann könnte halt sein, dass er jetzt hier umkehrt gleich wieder. Ist es gleich in den Brechtschen vor der Hairpin? Ist es gleich in den Hairpin? Weil das sind ja genauso, diese Sandfurchten, wie es hier auch ist. Deswegen ist es genau das gleich. Jetzt in den Hairpin kommen zwei, drei Evos entgegen. Achtung. Er ist rechts. Ja. Er schafft es halt allen ausreichen. Respekt. Hey, Ray, wir sind jetzt hier. Wird er auch nicht gemacht. Ich hab extra Abstand gelassen, aber er hat es trotzdem geschafft. Wir gehen Fahrt Richtung Norden, ne? Ich finde Richtung Osten schöner, aber ja. Wir sind jetzt am Blitzer. Fahr ich jetzt hoch oder predigte ich, dass er eh umkehrt? Er kehrt um. Jetzt tut er es auf jeden Fall. Ah, man. Erb's gerade noch gesagt. Also fährt wieder 5.7 jetzt. Ja, wem es gefällt, ne? Also ich finde es jetzt halt nicht so spannend, aber das muss er ja wissen. Ist halt effizient. Komm, jetzt gleich. Ja, es funktioniert halt. Wie gesagt, weil wir halt auch hier keine Spawns haben. Das ist ein Problem. Der spielt halt, sein Auto ist halt hier auch wahrscheinlich mit am stärksten. Jetzt in der H-Nadel. Aus der H-Nadel raus. Komm gleich zur Gruppe. Komm euch gleich entgegen. Das Problem ist, wir haben so halt, glaub ich, kein Mittel, ne? Wir müssen halt von vorne Schaden machen, eine andere Schausse haben wir nicht. Sehr stürmisch. Wir kriegen den nicht zugestellt, oder? Ne, noch nicht, aber der ist jetzt langsam. Ja, der ist nicht langsamer als vorhin, glaub ich. Also wir können aus eigener Kraft immerhin mal aufholen, das ist doch schon mal was wert hier. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, recht. Klar, dann. Wir drücken die halt einfach weg. Wir kommen jetzt wieder im südlichen Ausgang raus. War die auch schon am Ausgang gewählt? Jetzt, jetzt sind wir am Ausgang. Jetzt, ja. Roland. Das geht nicht. Na, nach Morden. Das ist er auch schon. Vielleicht, vielleicht ist es gelb. Das ist gelb, quasi. Hab ihn von Tau. Nein. Okay, ja. Hilfe. Ja, das ist einfach ein Zeugmotor, oder? Äh, gleich bei der Großstraße abbiegen. Halt mal davor zu kommen, es bringt ja nichts neben ihm herzufahren. Vor, ausbremsen, irgendwie. Ja, hier rechts ist so ein einzelnes Haus, das geht. Ja, das ist zu weit weg, glaub ich, oder? Vielleicht mal zwei, drei vorfahren, ich fahr auch grad vor. Dann halt auch der Zug kann man lassen. Hier ist jetzt. Das ist übrigens die letzte Minute jetzt. Irgendwie nach links. Dann ist Obertime, oder? Auch. Achso, Obertime gibt's ja auch noch, stimmt. Okay, wenn wir ihn jetzt hier irgendwie nicht in die Wüste lassen, haben wir eine Chance, weil da hinten kommen Steine. Aber da muss ich mich jetzt nochmal... Ja, komm, ich schätze. Er fährt ja gar nicht mehr. Schönen Sprung. Vielleicht geht er auch im Kopf. Und? Oh, was bremsst du denn? Ja, Kopflandung. Weil Andi auch gebrenzt hat. Er hat doch keine Kopflandung gemacht. Er hat sich die Herde gemacht. Ja, das sehe ich ja nicht in der Dir. Ich fahr wohl da hinten rein. In der Position wo? Äh, Büsse raus jetzt. Ausfall wieder raus, ne? Und Richtung Süden. Fährt nach Wüsenstraße wieder Richtung Steinbruch runter. Wann ist der Obertime? Ich zieht die Schausfall jetzt auch? Jetzt, jetzt. Ich hab mich gerade repariert. Soll ich stehenbleiben, oder? Es war noch drin. Dürfte gerade so noch sein. Ja, ja, das war noch okay. Es geht darum, wann... Ich komm, 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 Treffer fliecht. Gab ihn doch noch, das war'n? Ja, jetzt doch, ja. Also ich, ich war aus dem Treffer. Ja, das Haus, aber gut, er fährt weg. Ja, ja, da müssen wir es halt schaffen, vielleicht, dass von der anderen Seite auch jemand gegen drückt, dass er nicht einfach drum herum fahren kann. Weil er ist schon gut langsam jetzt, also... Zurücklassen. Ich fährte dann weiter. Ich glaub, bei dem sind aber auch die Reifen einfach relativ... Das halt natürlich auch, aber er schafft's trotzdem noch im Recht. Er ist jetzt drüber an die Container. Er steht fast teils, deswegen. Ja, ja, sag ich mal, wir müssen die einfach nur mal zustellen. Da muss einfach nur davor kommen. Da müsst ihr jetzt aber zurück... Jetzt... Ah, schade. Ja, jetzt, glaub ich, müssen wir zurück. Jetzt Aktion, Aktion vorbei. Wo, wo seid ihr da? Ey, immer noch Wüstenstraße zwischen Steinbruch und Wüste, wieder Richtung Wüste. Ja. Aber wir schaffen sie ihnen, glaub ich, nicht zuzustellen, oder? Also wir haben zu wenig Bums. Ich weiß, also wir kriegen jetzt der Teil, hab jetzt auch so's Gefühl, jetzt so langsam geht's. Okay, dann müssen wir aber da richtig verkeilen oder so. Na, Richtung Norden oder Sieden, ob der halt so... Wir müssen ihn vor allem erstmal irgendwo hinfahren lassen, dass er das machen könnte. Ja, doch, 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 doch. Halt, halt, halt. Keiner hinten. Drück's grad weiter. Einfach stimmeln. Eins, zwei, drei, vier. Okay, jetzt. Alter, aber was für eine schwere Geburt. Aber, aber ich würd jetzt mal sagen, auch stark gespielt von Andi, also seine Stärken, wie gesagt, ausgenutzt. Ähm. Aber wer braucht halt echt ne ganze Runde für, ne? Also, ist schon heftig. Also, von dem her, ja, mal gucken. Mal gucken, was der nächste Kandidat so entgegensetzen kann. Ja, ich weiß nur, dass der nächste Kandidat nochmal zwei, drei Kilo mehr wiegt, als der hier, den Andi jetzt gefahren hat. Aber, ja, was genau das ist, das sehen wir nach einem kurzen Cut. So, da haben wir das nächste schwere Gerät, den Ford F450 Super Duty. 3,8 Tonnen schwer. Kann man mal machen. 460er Reifen hinten. Kann man auch mal machen. Sieht aber gar nicht so breit aus. Äh, ja, die Reifen werden's mir, glaub ich, oder das Gewicht und die Reifen werden's mir auf jeden Fall nicht danken. Ich glaub, ich werd relativ schnell keinen Grip haben. Hab grad eben schon von Andi gehört. Bei ihm war es eigentlich auch ständiger Struggle. Ähm. Ja, werd schon irgendwie schief gehen, würd ich einfach mal sagen. Mal gucken. Äh, auf jeden Fall viel Masse. Und, äh, ich würd einfach sagen, wir gehen direkt rein in die Runde. Ich wünsch euch, äh, viel Spaß und, äh, Erfolg. Aber bitte erst ganz am Ende. Ich würd schon gern lange überleben. Danke, tschüss. So, dann bin ich jetzt im Extra-Channel für mich ganz allein. Und, ähm, ja, dann würd ich sagen, oh, Regen ist gut. Regen schonen die Reifen. Und dann würde ich sagen, es geht los in 3, 2, 1, go! Ah ja, und vielleicht als Motor, ich hab tatsächlich den Funko-Motor drin. Sprich 200, 200, genau. 2000 Newtonmeter Drehmoment, 1700 PS. Let's go. Aber die brauch ich auch, um das Ding überhaupt nach vorne zu bringen. Reifen werden einfach so zerfressen werden. Aber der Regen, wie gesagt, der hilft jetzt ein bisschen, glaub ich. So, dann. Ja, ich hab erst überlegt, den, äh, F250 Super Duty zu nehmen. Aber da dachte ich, nee, komm. Dann nehmen wir nochmal die eine Nummer größer. Da hat er hinten ja Doppelbereifung. Aber die wird ja bei den Reifen zu einem Reifen zusammengefasst. Naja. Gut. Und die Cops sind jetzt auch gleich unterwegs. Und zwar in 3, 2, 1, jetzt. Oh mein Gott. Das ist schon wieder dieser Most-Wanted-Nerven-Kitzel. Ich sage, der Regen ist jetzt gerade sogar echt ein bisschen hilfreich für meine Reifen. So, ich werde nicht in die Wüste fahren, sondern ich werde jetzt erstmal versuchen, so südlich wie möglich zu kommen. Und mich unter den anderen Pickups tarnen, wird wahrscheinlich nicht gelingen. Problem ist bei dem schweren Ding, ich werde halt... ...kaum um Kurven kommen. Also die Reifen. Ich habe echt ein bisschen Angst. Und mal nur im Vergleich jetzt mal. Das ist jetzt so eine X-Klasse. Was ich wie ein Eumel hier fahre. Das ist so ein Kleinwagen daneben. Oh Mann. So, ich sollte auf jeden Fall mal gucken, dass ich möglichst viel auf eher Schotter und Sand unterwegs bin. Nicht auf Straßen. Wenn sie nass sind, ist weniger schlimm. Aber wenn die trocken sind, dann ist es halt wie Schmiegelbad Pier. Und dann sind die Reifen ruckzuck weg. Ja, ich muss halt natürlich gucken, dass ich so viele Frontal-Treffer wie möglich überstehe. Und ja. Und die Kaffeepause möglichst so lange rauszöger, wie es halt irgendwie geht. So, und hier chill ich jetzt erstmal auf dieser südlichsten Offroad-Straße. Aber trotzdem jetzt schon elf Prozent, ne. Also das ist schon, das wird schon heftig noch. Aber jetzt erstmal ganz gechillt. Aufregung kommt gleich noch, wenn die kommen. Ich mach mal die Weidesicht auch, wenn wir ein bisschen mehr sehen. Ja, kann ruhig weiter regnen. Ist gut. Schon die Reifen. So, ich werde jetzt nicht unbedingt wie Andi ständig die gleichen Wege fahren. Zumindest mal hab ich es nicht vor. Ist natürlich wahrscheinlich ein Nachteil eher für mich. Aber wir gucken einfach mal. Aber jetzt am Anfang versuche ich erstmal auch hier unten zu bleiben. Ihr müsst aber eigentlich auch eine Abkürzung hier rausgeben, glaube ich. Hier, den Weg, glaube ich. Der könnte rausführen. Den müsste ich mir mal merken, wenn die Cops kommen. Ich hoffe, der führt irgendwo hin. Weil ich glaube, hier ist, doch, hier ist auch nochmal so ein kleiner Weg. Hier ist auch nochmal so ein Weg, der rausführen würde. Muss man merken. Weil ich kehre jetzt gleich nochmal um. Ich bleibe jetzt erstmal noch, bis die Cops kommen. Weil wenn sie dann mal dran sind, sind sie dran. Im wahrsten Sinne. Ist jetzt nur nix. Mal gucken auch, welcher Cops überhaupt hier hinfährt. So, ich wende mal hier. Also der Weg da hinten rum würde mich schon reizen. Aber den kann ich halt erstmal, wenn ich verfolgt werde, gucken, wo der hinführt. Ob der halt komplett hin das Festival führt, oder... Also glaubt mal, das ist nur die Ruhe vor dem Sturben. Das wird gleich noch richtig wild, glaube ich. Und ich versuche jetzt halt gerade so langsam wie möglich zu rollen. Einmal um die Reifen jetzt schon mal zu sparen. Und hier sind die zwei Wege. Die wären schon interessant zu wissen. Und da vorne ist, glaube ich, auch hier nochmal eine Abzweigung, ne? Einerseits habe ich auch extrem Bock, frontal auf so einen Cops draufzuhalten. Einfach, weil ich den zerstöre. Aber ich glaube, ich soll trotzdem gucken, so wenig Schaden wie möglich mitzunehmen. Hier wäre der andere Weg nochmal. Also im Endeffekt habe ich jetzt schon mal fünf Minuten von der Uhr. Das ist schon mal echt geil. Aber es ist, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit, bis einer kommt. Regen hat jetzt auch nachgelassen oder aufgehört. Wie sieht es denn aus hier? Ja, es ist gut. Also wie gesagt, alles jetzt auch mal ein bisschen Taktik. Ich meine, ich fahre so ein kleines Fahrzeug. Die sehen mich einfach nicht. Okay, da ist schon ein Cop. Okay. Jetzt probiere ich das mal aus, weil es mich einfach interessiert, wo es hinführt. Wenn es eine Sackgasse ist, dann rip. Aber mich interessiert das einfach mal, wo es mich jetzt hinführt. Irgendwo muss es mich ja hinführen. Dieser Weg. Ich glaube, das führt direkt hin, das Festival. Oder hinten durch sogar. Ich glaube, ich richte zum Canyon sogar. Oh Gott. Der Kopf gibt Knallgas. Ja gut, das macht ja gar keinen Schaden. Easy. Haha, Zerstörung! Zerstörung! Gib dem Raiden Spielzeug und dann nutzt es aus. Schade für ihn. Ja, ich muss gucken, dass ich mich nicht verschalte. Ich habe sehr kurze Gänge, aber aus gutem Grund. Ja, okay, den Zweingang sollte ich nicht nutzen. So, jetzt auf der Straße ist gefährlich. Ja komm, ich habe so viel Power. Ich kann auch ein bisschen untertourig rausbeschleunigen. Alles easy. Ich kann auch. Ich kann auch aus. Ich kann auch aus. Ich kann auch aus. Ich kann das mal sein. Es ist übrigens auch Bedeut. Ich kann auch vielleicht auch- Ich kann auch aus. Das ist immer genau, was ich nicht anders. Was? Wuii! Oh. Aber es tut mir mehr weh, ja? Das hat mir jetzt auch einen Prozent Schaden gegeben. Okay, ich kriege ihn nicht weggedrückt, leider. Äh, ja, hier. Jetzt irgendwie auch noch weiter. Da war ein Weg und dann war er irgendwie zu Ende. Das war ein bisschen doof. Ja, das macht mir ja kaum Schaden. Alles easy. Und noch kann ich mich ja einmal reparieren, deswegen alles gut. Also, sie können mich schon gut ein bisschen schieben. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt komplett, komplett ohne Widerstand da durchfetzen kann. Alter, das sieht schon pervers aus mit den ganzen Evos mit ihren Rallye-Lichtern da hinten. Soh. Einfach durchdrücken. Kein Problem. Gut. Der Bügel ist aber ganz schön eklig. So, ich will irgendwie nach Norden aber kommen. Habe ich mir jetzt gerade so überlegt. In den Regenwald. Gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Es werden jetzt halt einige entgegenkommen im Dorf. Das ist das Gefährliche. Und da sind halt feste Wände. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Uh, das hat richtig weh gemacht. Alter, okay. Das hat richtig gezündet. Ah, das habe ich ganz schön viele Frontal-Treffer. Egal, weiter geht's. Noch kann ich mich einmal reparieren. Jetzt am Anfang nehme ich die Frontal-Treffer noch gerne mit. Aber später würde ich sie ungern noch mitnehmen wollen. Na gut. Eigentlich wollte ich da noch Norden abbiegen, aber ging jetzt nicht anders. So, ich habe noch eine Minute Kaffepause. Darf ich nicht verpassen. Hmm. Okay. So, da repariere ich mich einmal. Wo ist denn das scheiß Menü? Ey, diese Menüänderung, die regt mich so auf. So lange rausgesögert, wie halt ging. Ich dachte, ich stelle mich mal quer, hauptsache den Motor nicht treffen, habe sie eben trotzdem ein bisschen getroffen. Oh, da habe ich aber einen gerade das Dach abrasiert. So, jetzt aber ein bisschen nerven geht es halt, weil ich weiß, ich habe keine Reparatur jetzt mehr. Okay. Keinen Schaden gemacht, immerhin. Immerhin nase Straßen, das hilft gerade extrem. Da muss ich sagen, da habe ich jetzt echt gerade ein bisschen Glück. Aber ich glaube fast, dass man die Broncos bei so einem schweren Gerät fast mit dazunehmen muss, aber ich weiß es nur nicht. Jetzt gucken wir mal, wie sie so... Oh, das ist kacke hier, hier komme ich ja gar niemals wieder weg. Habe ich ein bisschen Angst jetzt, muss ich sagen, mit diesen Steilklippen. Weg da! Einmal Wüste muss auch nochmal sein. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass sie jetzt das versuchen hier. Oh, die anderen sind aber alle, glaube ich, zu reparieren gegangen, so wie es ausschaut. Die zwei versuchen jetzt hier dran zu bleiben. Jetzt müsste ich die zwei jetzt ja nur zerstören und, äh, aber ich glaube, das kriege ich nicht so schnell hin. Aber man passt nicht um die Kurven, ey. Kurven ist echt mein Nemesis. Und Reifenabrieb halt natürlich. Weiß geht, der Regen hilft extrem gerade. Muss ich ehrlich sagen, da habe ich echt Glück. Also, das ist nicht nur der Herr gesagt, das ist so. Also, wenn es trocken wäre, wäre der Abrieb deutlich schlimmer. Das Problem ist, ich muss halt auch noch die Overtime überstehen, ne? Das ist jetzt nicht nur die normale Spielzeit. Weil man echt fast überlegen kann, ob man die Overtime hier nicht sogar wegflässt bei dem Format. Das ist, wenn man die normale Zeit schafft. Aber ja, müssen wir mal überlegen. Ich meine, es ist schon mächtig, das Ding. Also, ne? Ich habe jetzt schon einige Frontaltreffer vorher bewusst gemacht und es war trotzdem okay. Gucken, ob jetzt gleich welche entgegenkommen. Ja, ich sehe schon. Ein Streifschuss, dass ihr Glück gehabt habt. Oh, da kommen die ganzen Kolonne. Alle nur die Seite, Glück gehabt. Let's go, Geronimo! Also, es ist schon heftig. Also, ne? Das ist ja auch nur ein experimentelles Format jetzt erstmal. Keine Ahnung, ob es festbleibt. Aber vielleicht brauchen wir auch noch ein paar Sonderregeln. Ein paar Ideen gibt es ja auf jeden Fall auch. Dass zum Beispiel die Cops beschränkte Leben haben oder sowas. Wobei das, glaube ich, jetzt absolut nicht nötig ist bis jetzt. Ähm. Ja, und sonst noch ein paar Ideen. Aber wenn ihr auch Ideen habt, wie man das Ganze ein bisschen würzen kann, lasst es uns auf jeden Fall wissen. Aber eins ist klar, würden wir jetzt in Unimog fahren, dann wäre halt gar keine Chance für die Cops. Ja, der ist ja noch heftiger. Der hat ja mit Gewichtsreduktion noch 5,7 Tonnen. Hat sogar einen Mittelmotor, laut Spiel. Also, die würden halt nie Schaden reinkriegen. Ist halt ein bisschen weh gemacht jetzt auf jeden Fall. Weg da, Esel! Das ist doch verrückt. Oh, da geht's gar nicht weiter. Sorry, muss sie nicht. Ich dachte, da geht's weiter. Ich muss auf jeden Fall super viel mit der Handbremse. Sonst komme ich überhaupt nicht um die Ecken mit dem fetten Ding. Das ist doch schön. So, ich wollte eh auf den Weg fahren. Also alles gut, dass er mich dahin gedrückt hat. Nicht weiter schlimm. Auch wenn ich nicht wieder in die Wüste eigentlich will. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Ich muss gerade überlegen, wie ich da am besten fahre. Ist eigentlich jetzt doof, ne? Wie komme ich... Okay, ich fahre mal... Hier lang. Ich fahre dann wieder zurück. Und dann versuche ich mal wieder... Ja... Vorne kommt wieder was entgegen, auf jeden Fall. Da waren sie alle auf mich. Ushallah. Äh, wo führt mich denn der Weg jetzt hin? Ah, hier lang. Okay. Ich muss gucken, wo ich hier überhaupt hinkommen soll. Ich bin ein bisschen ver... Ich habe mich ein bisschen verfahren. Sorry. Sorry. So, wir kommen jetzt hier hoch. Hier rechts. Ich glaube, hier gibt es irgendwo, muss es so einen Aufweg geben. Auf jeden Fall. Äh... Hier rechts, oder? Geht es hier hoch irgendwo? So irgendeinen Weg hier zurück zur Straße geben, oder? Äh, ich fahre mal... Ah, ne, der geht auch hier vorne lang. Uff, okay. Da muss ich doch außenrum fahren. Okay. Aber wie viel Nässe ich habe, ist echt krass. Oh, ist gleich Overtime. Da können die sich gar nicht mehr reparieren. Soll ich dann mal den Versuch wagen, sie einfach zu zerstören? Wäre ja irgendwie lustig. So, ja, hier jetzt wieder lang. Perfekt. Ja, hier, da geht's. Also wenn reparieren, hätten sie es vorher machen müssen. Jetzt ist es ja vorbei mit reparieren. Ja, einmal müssen wir da durch. Das ist quasi meine Winkelgasse hier am Offroad. Ja, die nasse Straße, wie gesagt, die hilft halt natürlich extrem. Fuck, das war dumm. Dass ich da gegen die festen, parkenden Autos, die kannst du ja nicht wegdrücken. Das hat jetzt richtig weh gemacht. Das war jetzt dumm. Das wäre die einzige dumme Aktion jetzt nach der Kaffeepause auf jeden Fall von mir. Dass ich ihn nicht wegdrücken kann. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja. Ja, also ich muss klar sagen Es ist schon so ein Machtgefühl, was man hat Aber das war ja eigentlich die Idee des Formats Ich hoffe, euch macht das auch so ein bisschen Spaß Wie gesagt, ich würde gerne noch ein bisschen mehr draufhalten Habe ich ja am Anfang vor der Kaffeepause auch ein bisschen mehr gemacht Aber bis jetzt gab es auch nicht mehr die Gelegenheit Also ich hätte jetzt in der Overtime auf jeden Fall gerne noch mal ein bisschen mehr Rambazamba gemacht Ich versuche immer so ein bisschen, dass sie die Seite treffen Ich versuche immer so ein bisschen mich quer zu stellen Dass sie halt schon Schaden kriegen Aber halt eher durch meine Seitenwanne oder so Das tut mir nicht so viel weh Aber klar, wenn es sich ergibt Auch natürlich einen vollen Frontaltreffer oder so machen Aber jetzt am Ende kann ich es mir auch mal leisten Komm Zerstörung, meine Damen und Herren Zerstörung Okay, das hat aber ziemlich viel Schaden gemacht Hätte ich mir doch nicht machen sollen Aber zerstört müsste ich ihn trotzdem haben Ey, ich will den Weg fahren Ich glaube, es ist vorbei, oder? Von der Zeit So, lass mich mal ganz kurz zu denen gehen Also ich sag mal Ich sag mal so Das ist halt einfach Panzer fahren Also Vor der Kaffeepause Habe ich bewusst fast alles frontal mitgenommen, was geht Einfach mal zu gucken, was passiert Keine Ahnung, wie viel Schaden es euch gemacht hat Mich hat es quasi gefühlt nicht die Bohne gekratzt Also ich hatte zur Kaffeepause 55% Motor Und das ist immer noch mehr als genug Nur mal so Ich konnte schon mal das reinzuschmeißen Gegendrücken war das Problem Jaja, ich bin viel zu schwer Also das war einfach ein reines Machtgefühl Was man da hatte Ich habe jetzt auch am Ende gesagt Wenn es sich jetzt ergibt am Ende Dann haue ich noch mal ein paar Mal frontal drauf Weil Ja Weil es halt geht Also ich hatte jetzt am Ende auch wieder genau 50% Motor Ähm Man muss auch dazu sagen Der Regen die ganze Zeit hat natürlich den Reifen extrem geholfen Also ich hatte nie Also ich hatte jetzt 86% vorne Ähm Ich glaube, wenn es sich die ganze Zeit geregnet hätte Wäre es glaube ich schlimmer Ähm Ja Das ist nur schon mal so Meine 5 Cent Ja mit rein In die Runde Ich habe mich kurz verschüttet Da habe ich frontal getroffen Ich habe jetzt 84 Motor Boah 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 Das ist krass Ja ich habe mich auch geportet Die haben mitgenommen Und durfte mich direkt wieder porten Naja Ja gut Ich meine im Grunde Einerseits war ja die Idee des Formates Dass das schon so ein bisschen ist Dass man auch mal als Racer ein bisschen auszeilen kann Aber ich glaube fast Ähm Man muss dann natürlich noch mal ein bisschen optimieren Aber wie gesagt Das war jetzt auch mal eine experimentelle Folge des Ganzen Wenn ihr Ideen habt Äh Gerne auch in die Kommentare schreiben Wo ihr sagt Okay Das könnt man ein bisschen machen Vielleicht halt will ich den Bronco wieder dazunehmen Weil sonst was unmöglich wird Aber wir besprechen das einfach auch nochmal ein bisschen intern Auf jeden Fall Mir haben tatsächlich beide Sichten Spaß gemacht Auch wenn ich sagen muss In der ersten Runde Wo Andi Racer war Ich auch gefühlt zwölf Minuten Sightseeing betrieben habe Aber sowas kann ja auch mal Spaß machen Also Checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus Und wie gesagt Lasst gerne Feedback da Wir sind auf jeden Fall raus Macht's gut Tschaui 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 Tschaui